Das ist ein Notvideoblog. Auf großer Lesetour mit meinem Roman Mirella oder der Fisch im Wipfel der Ulme ist mir ein Missgeschick passiert. Es ist wirklich besser, wenn Autoren auf Touren ihre Bücher nicht selbst mitschleppen. Da kann dann sowas nicht passieren. Gott sei Dank habe ich noch einige Reden kennen für zwei ganz wichtige Präsentationen. Die erste ist in Wien im zweiten Bezirk im Literaturbuffet Lotzki in der Roten Sterngasse Nummer 2. Und dann am 15. November um 17 Uhr beim Lesefest im Buchladen in Perchtelsdorf in der Wiener Gasse 1. Da ist übrigens der Karl Markowitsch auch mit dabei. Es würde mich freuen, wenn ihr kommt. Ihr werdet es jetzt auch nicht bereuen, weil meine Lesungen sind keine Lesungen. Ich bin immer noch Entertainer. In diesem Sinne Tschüss, bis bald, hoffen Sie sich. Ja und keep swinging.